Alles gut? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kamera mag nicht Es kommt jedes Mal unerhofft Die Kamera mag nicht Hallo Sollten wir gleich weiterfahren Sollten wir gleich weiterfahren Sollten wir gleich weiterfahren Sollten wir gleich weiterfahren Ich weiß es mir leider zu schnell Ja, da geht's Ja, da geht's Sollte 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 die nächste es geht aber nur mit der Unterstützung? nein, es geht sogar viel schwerer mit dem E-Bike als mit dem normalen reifen schonen Das ist eine Fähre hier. Sie haben gewünscht. Das ist eine Fähre hier. Das ist eine Fähre hier. Das ist eine Fähre hier. Oh Gott! nur zur Dokumentation, es hat glaube ich 4 Grad plus immerhin wie viel? so wenig? ja empfinde ich auch nicht so aber man muss halt sagen, es gibt heute keinen Wind ja, wobei beim Auto beim Altschöhe Eckfahrt sind da war Wind aber jetzt ist Wind still aber es ist schon sportlich ohne Handschuhe zu fahren bei der Temperatur es ist heiß genug wirklich? ich schwitze ich schwitze das ist sehr wunder das sieht man wie oft ist es im Leichfahrt ja, wir haben jetzt erstens ja ein Band wieder ah ok, vor allem ich bin früher sehr viel gefahren, vor 10 Jahren oder so oder dann wieder ran ich bin jetzt einfach auf dem Bauch das was ich gelernt habe in Semmering vor allem das ist ein Neumann da ist ja irgendwo in das mit der Fröhre da ist das hier raus man links ein bisschen steiler da kommt dann hoffentlich der Abfahrt da stemmen wir glaube ich noch länger ja 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 Ups Ah, ich fahre da noch gerade und dann fahre ich die Kurve Achtung, ich komme Hallo Sauber Sauber Super Schön und schön Schön, dass Oh Oh Oh, das ist ein bisschen schick. So, mit dem neuen 14er Zahnkranz kann ich da jetzt schön langsam rauffahren. Das ging vorher nur mit wenig Schwung. Ganz entspannt. Es geht, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ich hab das falsch wieder um. Ja, ja. 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 Sonntag ist ja Fress-Tag. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui, 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 shit. Ah, der war wirklich gut, der Weg. Na, wirst du auch das nächste Mal fahren? Dann fahren wir gleich direkt den Steinbruch. Geil. Das ist schon oben, oder? Super. Ein, ein. Das ist ja kein Trailback. Geil. Tschüss. Servus. Ah, da gehst du auch schon? Ja. 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 Okay. 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 Ich bin ja da. ich überhole links danke ich habe einen Hüteni Das ist schmierlich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich jetzt haben wir gedacht, da bist du noch unten und haben gewartet dein Magen ist bei dir besser als der Position gar nicht so leicht, so langsam oh, da ist er süß hier Servus Es ist kein Wettbewerb ja, ja, ja ja, ja, ja Vaten haben wir noch? Ja, dazu muss man so sein Das ist ein Ding. Wasp! Gibt es mit dem, dass das so Das war's für heute. Ja zu mir, nach Kevin dorthin. Super, dorthin. Schau mal, wo ist der Frisbee? Schau mal, da ist er noch. Unermüdlich. So heißes ja. Schau mal, da ist er noch da. Ach du, ich lebe immer wieder. Ja. Unermüdlich. Oh. Zack. Waren wir müde? Nie. Bis früher. Wenn es kalt genug ist, dann kann das so Stunden gehen. Oder wenn es zu warm ist, dann überhitzt sie bald. Ja. Ja. Okay. Das ist auch immer. Na. Das ist auch immer. Ja. 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 und so fort und so weiter. So, Tin, jetzt machen wir aber Pause. Ja, Pause. Gib ihm her, Tinie. Gib. Nein, mir schön in die Hand geben. Gib. Nein, gib. Gut, Pause. Wenn sie weiß, Pause, dann will sie ihn gar nicht hergeben. Und vorher, wenn man spielt, dann braucht man sich praktisch nicht bücken, gibt sie ihn einen ganz weit rauf. Und wenn man dann Pause macht, dann ist es auf einmal Blei und schwer. Da schafft sie es nicht mehr in Höhe als 20 cm. Ja, 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 ja. Die Luft zurückkommen.